Musik Not am Geschwind, eine Weitfrau in den besten Jahren, helft heute ihren ersten Enkelteifen. Gleich nach seiner Geburt hat es Jeanne erklärt, er müsse Jean-Claude heissen. Die Kinder haben die Grossmama und die junge Boba hingewendet, der Name ist nicht in der Familie. Aber, Jeanne hat gesagt, es ist ein nordisch-franzäischer Name. A Paris, c'est du dernier chic. Das ist genug gewesen. Sie hätten schon geredet, wenn man gesagt hätte, der Name ist gerade Mode in Paris. Jeanne ist in Boulogne in einer ganz vornehmen Pension und spricht so gut Französisch, dass man es oft nicht versteht. Es hat sogar viele Pariser Argos aufgeschnappt. Anstatt Parapluie sind es Riffler, anstatt Gleiter sind es Peulure und so. Seiner Mama imponiert es ganz gewaltig. Und sein Mann auch. Es percht sie alle mit seinem Pariser Kasse franzäisch. Man sieht, es ist eine nordisch-franzäische Familie. Sie strahlt im reinsten Patriotism. Und dass auch hier ein dunkler Punkt ist, der Grossbobbe von Madame Geschwind ist ein Schwupp geworden, denn das hätte bis jetzt noch nehmen erfahren dürfen. Beim Kinderreifessen sitzen sie ein bisschen eng um den ausgezogenen Tisch vom Salamanger. Das ist keine einheitliche Gesellschaft, denn alle Schattierungen vom Franzosentum sind hier vertreten. Zuerst Peursant in der Person von Monsieur und Madame Ratatouille, die erst seit dem Waffenstillstand im Elsass sind, sich aber da schon recht wohlfühlen. Danach ist Jeanne als Alsacienne essentiellement Française. Danach ist seine Mann und seine Maman als Arisch-Göti, aber ein bisschen ungeholfene Franzose. Danach ist der junge Geschwind im Jeanne seiner Brüder als Mös-Französ, denn er wäre lieber Deutsch geblieben, die Schinderei in der Schule mit den franzäischen Kindern gestohlen wäre. Danach ist noch Herr Pforto als Alsacien-Bochisant. Er reicht unangenehme Abort vom Franzosentum. Madame Demut, gute Freunde von der Madame Geschwind, wie man ihn geladen hat, weil sie sich nützlich macht, und Hevam, wie Nevere am unteren Ende des Tisches sitzt, die kann man fast nicht zu den Franzosen zählen, denn sie kennen kein Wort Französisch. So kommen sie in der Rubrik von Alsacien-Sympathique à la France. Sie können nicht mitreden, verstehen kein Wort und wären von den anderen mit milder Verortung gehandelt. Das Ratatouille fährt mit dem Jeannes-Großwort. Der Ratatouille spricht ein norisch-reines Französisch und braucht kein Wort Argo, sodass Jeanne fascht ein bisschen eher an sich selber. Madame Ratatouille muss untergehen von Nancy sein, denn sie schickt ihre An-Ain-Ain so durch die Nance, dass man viel Güte willen haben muss, für ihre Französisch schön zu finden. Aber Madame Geschwind hat diesen Güte willen, wenn sie es nur halber so Güte kennt. Sie ist eine lebhafte Person und hält nicht gerne, alleweils Müll. Darum werft sie noch eine Bemerkung dazwischen. aber sie blamiert sich fast jedes Mal. Ihr Akzent ist zu schlecht. Gerade erzählt der Ratatouille vom Untergang eines Schiffs, wo keiner von der Matrosse sich retten konnte. «Tus sont morts!» «Comment?» rief Madame Geschwind entsetzt. «Tus sont morts!» «Non, Madame!» «Pas douze!» «Tus!» «Pas s'en a échappé!» «Der Blick, wie er es schön zu werft!» «Und das Lachen von ihrem Schwersohn, wie selber nicht viel besser redet als sie!» «Das verzernt sie!» «Und sie wollen sich gehen den unteren Teil vom Tisch, wo Madame Demut mit der Hewam mit gedämpfter Stimme eine Unterhaltung fährt.» «Wissen Sie?» sagt die Hewam gerade. «Bei der deutschen Herrschaften, da habe ich bei der gebildsten Unterhaltung Folie können!» «Es ist halt nicht angenehm, wenn man alle will da sitzen muss und vom Sechterkind Messel versteht.» «Drum bin ich aber doch gut Französisch!» «Sie müssen nicht glauben, dass ich nicht froh bin, dass sie da sind!» «Meinen sie, dass ich nur ein super paar Städte haben kann? Oder sind sie gezählt?» «In diese Unterhaltung mischt sich eine Zeit lang Madame Geschwind, aber bald wird sie wieder mit magnetischer Gewalt vom oberen End des Tisch angezogen, wo der Ratatouille schon wieder ritt.» «Jeanne und seiner Mann lüchtern begeistert, und auch der Herr Pfarrer hört ihm gerne zu. Es ist ihm ja schon eine Erholung, dass auch einmal ein anderer reden muss, und wenn er auch, wie man sagt, deutsch gesinnt ist, dann ist er doch nicht so beschränkt, dass er nicht gerne hört, wenn einer schön Französisch ritt. Und der Ratatouille ritt gar auch schön. Es ist ein Genuss im Zerfolie, und solange er von Sachen erzählt, wie im Pfarrer ziemlich fernstehen, bewundert er ihn von Herzen. Wie aber die Rede noch aufs Elsass kommt, da müssen wir sich doch wundern, was der Französisch da mit unglaublicher Sicherheit aufs Tapet bringt. Er gibt einen kurzen, genialen Umriss der Geschichte des Elsasses. Zuerst ist es keltisch gewendet. Noch ist durch die Germanen in die elendste Barbarei versungen bis zum Louis XIV. Dieser hat es zum ersten Mal erlesen. Im Jahr 1970 ist es den Barbaren gelungen, um es nochmals an sich zu reisen und es hat in die Kette geschmarrt, bis die Franzosen zum zweiten Mal es erlesen. Der Pfarrer hat bei der Regierung viel auf dem Gerpuls. Er ist fast Sujet-Suspekt, denn es ist bekannt, dass er Sympathie-Bosch hat. Und heute hat er ein paar Mal von Jean-Claude als von Johann Claudius geredet. Und Jean hätte sich furchtbar drüber verzerrt. Er müsse also Orich vorsichtig sein und freut der Herr Ratatouille noch ganz schichtere, in welchem Büch er die Elsassische Geschichte studiert hat. »Ich habe nicht studiert die Historie der Alsace«, sagt er verrächtlich. »Tut le monde la connaît je nu.« Darauf sagt der Herr Pfarrer gar nix. Er hört auch noch geduldig zu, wie der Herr Ratatouille erzählt, dass der Goethe seine ganze Bildung nur da gehört hat, dass er an der französischen Universität de Strasbourg studiert hat. Wie er aber behauptet hört, dass die Elsassische Sprache ein keltisches Idiom ist, wie Ditsche zu ihrem grossen Zorn nie verstanden und drum unterträgt haben, da kriegt er einen Anfall von Malaise als Asacien. Es dreht sich alles innen herum. Er steht auf und verabschiedet sich. »Tewam geht auf und Jean ruft.« »Holen Sie Champagnergläser, Madame Demut!« »Mach darf ich jetzt lustig sein?« Es dauert nicht lang, so sind sie narrlich lustig. Madame Ratatouille erzählt bald Geschichten, die sind so stark, dass ihr Mann sagt, »Mena est toi et toi« und man am Geschwinzen gar nicht versteht, sodass man es ihr dreimal erklären müsse. Sie findet auch keinen Gefallen daran, aber Jean lacht sich halber tot. Es wird viel über die Busch geschuldet und gesputt und Jean erzählt Sachen über sie, von denen es ganz gut weiss, dass sie nicht wahr sind, aber sie gefallen den Franzosen. Und das ist die Hauptsache. Madame Ratatouille erzählt, dass kein einziger Busch in den Himmel kommt, und Jean auch. Was uns betrifft, so würde es lieber mit dem Franzosen in der Hehl sind, als mit dem Busch im Himmel. Die Madame Geschwind findet das übertrieben und würde gerne sagen, »Versend ich dich nicht, Jean!« Aber sie darf ja nicht elsesig reden und weiss im Augenblick nicht, wie man versendigt auf Französisch sagt. Überhaupt ist ihr Kopf so dumm, das viele Geboppel, wie sie nur halber versteht und wie er im Grunde doch auch so fremd ist, hätte sie mitgemacht. Sie bekommt grosse Sehnsucht nach ihrem Mittagsschläfel und wie gerade Nehmenachtung auf sie gibt, steht sie noch, geht nichts und never in ihr Zimmer. Dort hört sie sich auf ihr Kanapé plumpsen und ist bald fest eingeschlafen. Aber es müsse im Champagner durch ein Gift gewinnt sein, denn der Madame Geschwind ist das Elend zu müde. Das Kanapé ist ein Schiff und schwimmt auf dem Meer. Die Wellen werden als Stärker, es geht als Häscher auf und ab und auf einmal stösst das Schiff an eine Felsen. Es gibt eine solche Erschütterung, dass der arme Frau ihre Seele sich von ihrem Körper los trennt. Sie ist tot. Mit dem Geschwind hat in ihrem Leben nicht viel Ort zu sehen gehabt. Wenn man ihr gesagt hat, sie soll links gehen, ist sie sicher rechts gegangen und in einer fremden Stadt hat sie sich nie orientieren können. Aber den Weg zum Himmel hat sie gleich gefunden. Von weitem schon sieht sie ein goldiges Tor glänzen, dort drüber steht sie lesen «Settième Ciel» «Ciel Francais» Vor dem Tor stehen schon ein paar Leute, die klopfen ganz heimlich und ängstlich an. Da kommt ein Petrus, ein wichtiger Kreis in einem langen, wiesen Mantel, ganz wie man sich ihn vorstellt, nur anstatt eine hellige Schiene hat er auf dem Kopf ein Poilue-Käbel. «Que desire-vous?» freut er hevlich. Ein alter Herr antwortet auf Hochdeutsch. «Wir möchten gern in den Himmel hinein.» Der Petrus kann alle Sprachen und sagt jetzt ebenfalls auf Hochdeutsch «Was? Ihr wollt in den Himmel hinein? Ihr seid doch Deutsche!» «Ja, wir sind aus Frankfurt!» «So, da schert euch nur fort! Für euch gibt es keinen Himmel mehr! Marsch! Fort mit euch! Zum Teufel in die Hölle!» Nucht Madame Gschwind blieb stehen. Der Petrus ist fortzunehmen. «Machen Sie, dass Sie fortkommen, Madame! Sie gehören auch zu den anderen!» «Nein! Nein!» ruft Madame Gschwind im ersten Schreck auf Hochdeutsch. »Ich bin keine Deutsche!« »Was?« »Auf hundert Schritt sieht man Ihnen die Deutsche an!« »Miche suis Française!« versichert Madame Gschwind in großer Angst. »Nein, Madamechen! Das glaube ich Ihnen nicht!« »An Ihrem Akzent hört man zu gut, dass Sie eine Deutsche sind!« »Packen Sie sich auf der Stelle!« »Ach!« »Lieber Herr Petrus!« »Ich bin ja eine Ilsezere!« »Bringt Madame Gschwind zu Ihrem Glück noch heraus.« Und der Petrus riecht und sagt in der nämlichen Sprache wie Sie. »Ach! Eine Ilsezere sind Sie!« »Zeit einmal ihr Rikort!« Mit zittrischen Fingern holt sie sie aus ihrem Sägel heraus. »Putzblitz!« rief Petrus. »Sie haben ja einen Akkord!« »Da dürfen Sie gleich herinnen!« »Warte und, als ich Sie habe gewartet.« »Und hören Sie, Madame!« »Wenn ich Ihnen erohlen gehen darf,« »sägen Sie sich ein bescheites, verstecktes Blätzchen heraus.« »Die Franzosen sehen Sie nicht gern, wenn die Ilsezere sich vordrängen.« Gleich drauf ist Madame Gschwind drinnen. »Sie bleibt lange geblendet stehen und weiss nicht, hinter sie noch wer sie.« »Da spürt sie, dass Eme sie bei der Hand nimmt.« »Und wie sie in Tee läuft, steht Madame Demut vor ihr.« »Fast hat sie gegrischt von Freit.« »Es hat aber nur...« »Ajo, Pauline, bin ich aber froh, dass du da bist.« »Mach kommt sich am Anfang doch fremd vor im Himmel.« »Pssst!« »Macht Madame Demut.« »Ret nicht so, Ludbertl.« »Sie hören es nicht gerne, wenn Deutsch gebabelt wird.« »Ja, Pauline, wir zwei können doch nicht miteinander Franzäisch reden.« »Komm nur,« sagt Pauline, »ich weiss ein Plätzchen für uns.« »Und sie fährt, Bert, hinter das Harmonium von der Saint-Cécile, die gerade spielt.« »Du kennst sie ungestirrt und ungehehrt miteinander Bispeln.« »Du weisst, Bert, dass wir im französischen Himmel sind,« freut Madame Demut. »Ajo, ich habe es durch sie gelesen. Ist denn das ein besonderer Himmel?« »Es ist der siebte Himmel, der Allerhegst.« »Da dürfen nur die Franzosen hin.« »Wenn du dich ein bisschen an die Helligkeit gewöhnt hast, zeichst du ihn.« Während sie da sitzen, »hupfen als noggische Engel in der Luft herum mit goldischen Fleilen und tricoloren Badhässeln.« »Saint-Cécile hat Fouragère um die Achsel und spielt Sambre et Meuse.« »Der Erzengel Gabriel säst alles vorbei und lädt nach der Ordnung.« »Ever seinem langen, wollenden Gewand hat er eine tricolore Echarpe.« »Jetzt komm«, sagt Madame Demut, »er will ein bisschen weitergehen.« »Der ganze Himmel wimmelt von französischen Engeln mit tricoloren Kokarde auf ihre wiesigen Wände.« »Sie schweben langsam und wichtig auf und ab und singen die Marseillais.« »Mönde ich in alle Ewigkeit die Marseillais singen?« »Freut Madame Geschwind.« »Ich weiss nicht«, sagt Madame Demut. »Ich würde es nicht wünschen.« »Sie kommen jetzt mehr in die Mitteln vom Himmel und bleiben bald geblend stehen.« »Ever innen, hoch in rosenrote Wollige, thronshegst Weisse, was man sich vorstellen kann.« »Der Maréchal de France, in goldgestickter Uniform, brustvolle Orte von Gold und Jamande.« »Rechts vom sitzt Jeanne d'Arc.« »Und links steht der Rouget de Lille in heroischer Pose und komponiert gerade Marseillaise.« »Ein bisschen weiter unten, in einem Halbkreis, sitzen alle verstorbenen Présidents de la République.« »Der Thiers, der Carnot, der Fort, der Deschanel und wie sie noch heissen.« »Sie haben alle eine heilige Scheine um den Kopf und eine Fähne in der Hand.« »Da steht drüber, Liberté, Egalité, Fraternité.« »Rechts vorne seht man eine glänzende Gruppe von hohen Offizieren, die haben kultische Hörfe in der Hand und singen «Madellon.« »Links laveren die Akademisiens, in vieler der Dunstwollige, und hoch in der Lifte über dem ganzen Gruppement, welbt sich eine Nacht de Triomphe mit einer riesen Inschrift »À toutes les Gloires de la France.« »Es ist unmeilisch, etwas Schöneres zu sehen, und nur eine Weile sagt man dem Geschwind.« »Mir tun aber wie Kumpolin, wir gehen wieder hinter das Harmonium.« »Und er weiss, sehen sie einen grossen, schönen Erzengel mit einem feierigen Schwert auf einem Schemmel sitzen und blären.« »Wer ist denn das?« freut man am Geschwind. »Das ist der Erzengel Michael, der sitzt alle wilde und grün, wie er Michel heisst.« »Hinter dem Harmonium setzen sie sich wieder in ihr Ecke.« »Saint-Cécile spielt gerade einen französischen Choral nach einer ditsche Melodie.« »Das beruhigt ihre Nerven und sie nicken ein bisschen ihn.« »Wie sie wieder wachbar sind, bemerken sie eine Bewegung im Himmel.« »Alles strebt, gehe es gross durch.« »Was machen sie denn jetzt?« freut man am Geschwind. »Sie gehen spazieren«, sagt Madame Demut. »Vor im Himmel drüssen? Ich habe gemeint, dort sieht sie so weh ist uns.« »Weisst du, was sie machen?« »Ein Spaziergang um die Helle herum.« »Sie ist ihre gräste Bläsir zu sehen, wie die Bosch in der Helge blöde wäre.« »Mühen wir da auch mit?« »Mir können uns nicht gut ausschliessen.« »Sie lösen uns sowieso Schäle an, weil wir uns absundern und Marseillais nicht mitsingen.« »Sie gehen also mit der ganzen Gesellschaft Nüsse und Heerebolle an Glaven und Stehnen so mächtig wie die Brandung vom Meer.« »Ah«, rufen die französischen Engel voller Freude, »lesentendez-vous hurler, les Bosch?« »Die Helle ist ein grosser, runder Platz, mit einem Isere geht er umgehen.« »Dotorisch kann man alles sehen, was drinnen vorgeht.« »Wisch, die glutzige, blumbe Männer in der Feldgräuer Uniform, wären da von einer ganzen Armee Teufel gepfetzt, mit Focken gebrennt, in Kessel voll korrigem Wasser gedummt.« »Man sieht dicke Frauen in geschmacklosen, grellfarbischen Gleitern, die wären mit Pest geschmiert und angezunden, und in der Mitte stehen nebeneinander zwei Käffi.« »In einem sind Frauen, die grischen, dass es einem durchs Morg und Bein geht.« »Sie strecken arm durchs Gitter und langen durch ihre kleinen Kinder, wie im anderen Käffi von Teufel gepeitscht wären.« »Langsam gehen französische Engel da auf und ab.« »C'est bien fait«, rufen sie. »Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Oh la la, voyez ce gros, comme il saute.« »Uns sich ein Gelächter.« Die Madame Geschwind stehend hoch zur Peri. »Das ist ja furchtbar«, sagt sie. »Ja«, siftst Madame Demut. »Und wenn ich daran denke, meine Mama, ihre jüngste Schwester, hat auch eine deutsche Kierot, sind gewiss noch Verwandte von mir in dieser Helle.« Auf einmal grischt Madame Geschwind ganz Leute. »Du hast ja meine Grossbabe.« Ihr Grossvater ist nämlich als Schwarzwälder nach Eurenmach ins Elsass gekommen und ist ein Schwab geblieben bis zu seinem Tod. Ein lieber alter Mann war er. Wie oft ist sie als Kind auf seinem Gären gesessen und wie gern ist sie an seiner Hand in den Garten gegangen. Und jetzt, leider da, lang ausgestreckt auf dem Rost und unter dem Rost bloßen drei Teufel in die Glöte, dass er alleweil widerstehen muss vor der Gwale. Tränen kommen damit am Geschwind in die Höhe. Sie geht ganz laut ans Gitter. »Grossvater«, rief sie. Der riecht sie nahe mit einem fast verläschten Blick. »Grossvater, kennst du mich denn nicht? Ich bin ja das Bärtele. Weisst du dein Bärtele, wie dich so lieb hier gibt?« Ein ganz schwaches Lächeln geht über sein Gesicht. »Grüsst dich Gott, Bärtele«, sagt er. »Hast dich aber sehr verändert?« Du packst ihn am Geschwindsgitter mit beiden Händen und ein Rädel dran mit aller Kraft. »Helfen wir, Pauline«, rief sie. »Helfen wir doch, ich will den Grossvater uns holen.« Aber schon kommt der Engel Gabriel mit dem Schwert auf sie zu. »Quest-ce que vous faites là? Il est défendu de parler au Bosch!« Und im Augenblick ist sie nun umringt von der ganzen Himmelgesellschaft. Die schwingen ihre Harfe über ihrem Kopf und grischen mit furchsbarer Stimme. »Seht un Bosch! Seht un Bosch! Jete la au feu!« Der Madame Geschwind brüsst in den Ohren. Ihr Herz klopft zum Versprengen und sie stehnt so Leute, dass sie an ihrem einen Stehnen verwacht. Verwundert leut sie um sich. Sie lädt lang ausgestreckt auf dem Deppi vor dem Kanabe und alle Gnoren tönen weh. Ihr erster Gedanke ist, »Gott lobt, dass der Grossvater nicht auf dem Rost lädt.« Nun richtet sie sich auf und hochricht. Träumt sie denn noch oder ist sie wach? Sie hört ganz deutlich die Marseillaise singen, gerade so, wie sie sie im Himmel gehört hat. Aber da kommt Saranin. Es gibt ja gar keinen französischen Himmel. Einen anderen Himmel gibt's. Einen Himmel, wo kein Hass, kein Rachsucht, keine Eitelkeit herinkommt. In dem Himmel herrscht Barmherzigkeit, Lieb, Frieden und Versehnung. Wie schön, dass es so einen Himmel gibt. Tränen kommen ihr in die Aume. Sie lädt die Hände zusammen und bett. Lieber Gott, ich danke dir, dass du ein milder, göder, gerechter Gott bist. Und dass du so hoch über unseren armselischen Leidenschaft stehst. Lieber Gott, ich will dir versprechen, dass ich meinem kleinen Enkel kein sinnhaften Hass lehren will. Und ich will mir auch erzählen, dass meiner Grossvater ein Schwarzwälder-Üren macht und ein durch und durch braver Mann gewinne ich.